auch ich nehm ab jetzt wieder auf auch Air Force hat zugeguckt ja hätte man dann hätte man schon zuhören müssen ach da kack einfach mal so mein PC und ein Zwangsupdate hinterher egal über diese Updates hier ich hab mich tierisch gefreut als er auf einmal stand next 10 seconds haben sie auch neu gemacht connecting to the server 1 ja ich warte bis sommer nicht da ist oh man ich nehm schon wieder auf ja es ist alles neu gemacht hier nimm den Namen überm äh nimm doch kurz aufnahme beenden mach halt bis Dominik will da Moment so jetzt bin ich auch wieder auf Aufnahme ja willkommen zurück da mein C1 Zwangsupdate gemacht hat das hat man gehört ich hatte ich auf Lautsprecher ach so gut dann hat man es ja noch gehört aber wir sind wieder da wir fahren jetzt Richtung Düsseldorf Düsseldorf Pockers geben ja unmöglich auch nicht so schnell dann muss er langsam fahren ja es hat doch mal 60 achte da kommt er noch fernig ausmachen unbegrenzt überholen nein das heißt unbegrenzte Geschwindigkeit aber auch egal ich habe 25 Tonnen geladen ich 21 ich fahr gerade 53 erst ich fahr 60 äh hab halt Tempomat drin ich fahr gerade 70 also jetzt gibt es jetzt SIDA ja ich bin doch gerade sag mal du zu wenn du zu weit von den Zweck kommst dann ich bin schlicht ich sie euch gar nicht will ja dann fahr mal wieder lol lol ähm vorsichtig ist 50 ja super wow zum Glück ist hier no collision so und du leckst grad so übelst bei mir leckt das gerade übelst ja warte mal warte mal bleib mal stehen du hast ne 71er ping wann siehst du das äh ms ist ping hier Alter 62 das ist Millisekunden ja Junge ich hab 38 ich ping dein 40 45 hast du ne ich hab grad 8 mal so einen hohen Alter zum Glück ist Dings zum Glück ist hier no collision so Alter das leckt hier übelst was ist denn in Düsseldorf los ey 4 FPS Alter leck mich ich hab 4 FPS ja hier leckt das gerade übelst warte ich glaub ich hab mal kurz Rest an guck mal nach meinem Internet ja ich fahr mal durch ne bleib mal stehen bitte wir wollen im Zug fahren mhm ist aber eigentlich was Internet verbraucht also kann ich weiterfahren wenn Blitz hinter uns ist ist er hinter uns nö ne aber ich seh es ich fahr gerade ja fahr mal langsam weiter ok 7 km h Tempomat drin ich fahr grad 4 ich fahr 7 ich fahr nur warum fahrt du so langsam ey was ist das für ein Scheiß hast du vielleicht ein Tempomat drin ne kann nicht sein ich hab kein Tempomat drin ne hast du vielleicht drückst du vielleicht das Gas nicht durch ich hab's Gas Folge durchgedrückt hm und du hast weniger Tonnen eigentlich als wir beide geladen dann drück mal die W-Taste einfach auf der oder dieses W-Taste müssen später zu sein auf PC ja ist es weil ich kann mit PC und mit mit Tastatur und ähh ich auch Controller int ich vergewaltige grad grad nur die Uhr R2 eigentlichẻherzu Moto� haste weißne wie es auf dem xBox Controller heißt äh t po project hallo was fährst du durch ich hab grad Schaden wegen dir gekriegt lol ist Location Zone ja trotzdem kriegst du zu schaden ja manchmal schon kein Schaden bekommen wo musst du hin da vorne links FZP äh kann sein nee Stokes Stokes sind nicht hier vorne recht ja ich hab an der Kreuzung gemeint Alter ich krieg die ganze Zeit Schaden weil ich in dir fahr ja vielleicht sollst du mal aus mir fahren bin ich gerade ja auf der falschen Spur wir sind ja nicht in England vorsichtig komm rüber ok einmal über Kreuz fahren Alter kein Wunder guck mal was hier los ist ach nö vielleicht was vom Einparken ich warte dann mal hier oh Gott jetzt kann ich mich nur blamieren irgendwas meine Fracht macht ha null Prozent LKW sagt ein Prozent ja ich bin ich habe gerade eine mich hat gerade eine geräumt was das heißt was das heißt zu meinem neuen Design-Rocco ich hab jetzt ein neues drauf getan gehabt hübsch mit ein paar Flämme Schäfer zu gucken wie du dich blamierst äh ich werde mich sowieso gleich bei mir super ich sehe nach hinten nichts nichts sehe ich klasse wenn ich mich fertig anmache bringt es ja auch nichts wenn ich mich da vorstelle ich hab mir gerade geschrieben was ist los Marcel LV oder was ja ich blamier mich gerade extrem weil ich auf dem falschen Platz fahr so Moment das mache ich jetzt so da nehme ich jetzt mir so viel Anlauf wie ich brauche Alter was ist hier los ey jetzt fängt es an daran zu schiffen ey aber nur bei dir nein Motorfehlfunktion leckt mich leckt das brauche ich nicht nö Moment zum Glück geht jetzt gerade mal nicht aber wenn wir gleich wieder fahren äh wo äh Stokes das ist geradeaus einfach geradeaus fahren bis zum Ende der Straße dann legen ja ich bin an der Werkstatt gerade wie es bunt ach so äh Moment da muss man groß machen von der Werkstatt außer man es geht wenn man spielt sich abkackt nein von der Werkstatt aus ist es Prozent links raus Leute hier ist mir zu viel los zum Einfragen ja super der Kunde erwartet die Lieferung bei Stokes neben Euro Godes also zweimal links und dann geradeaus also zweimal links und dann geradeaus von hier aus habe ich nur noch habe ich nur noch 34 Kilometer ich habe null null Minuten ich bin am Einfragen ich habe noch eine Stunde 50 Minuten und muss die Fracht in drei Stunden abgeben äh ich muss sie jetzt abgeben dann wäre ich dafür dass die Dominik neben dem Blitz nur drei Stunden zwei Minuten ich habe mich schon zu zehn Minuten was noch einfügen müssen wir fahren erst wir fahren erst nach Blitz ähm ja ja jetzt ja abgeliefert ich hab mein Motor zufriedenstellen ja aber wir schlecht ja und Prozent bei mir war es das ist auch mit der Aufnahme ich tue mir das jetzt nicht auf dem vollen Server an tun mir leid aber er hat das Thema aber dafür bis zu Prozent ja auch rein ich will nehmen wahrscheinlich morgen Abend noch auf Kürtel